Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest mit den Men & Women in Black. Oh, ja, stimmt. Männer. Nein, Vogel, nicht essen. Nicht essen, Vogel. Oh mein Gott. Ah, okay. Ja, der Vogel hat sich gerade auf meine Hand gesetzt und hat ein bisschen an dem Fleisch gepiekt. Ja, und wie immer dabei natürlich hier Calypso und German Fighter. Moin. Dann, äh, würde ich sagen, hier, oh. Oh, wir lassen erstmal die Herrschaften verkehren. Hallo Nachbarn. Ah ne, wir werden sofort. Okay. Werden wir nochmal. Sie haben sich an den Nachttoren gehalten. Was? Ey, ohne Scheiß. Jedes Mal, wenn irgendein Konflikt ist, wollen wir mit Erkenntensäge. Äh, das halte ich für ein Gericht. Für ein Gericht? Für ein Gericht. Osten, Süden, Osten, Süden. Ich glaube, hier lang war's. Also ich weiß noch, ich hab grün, grün hab ich, äh, die, die wichtige Höhle markiert. Die grün wichtige Höhle. Genau. Wo sind grün da hinten? Ah, ja, okay, ja, ja, genau. Stimmt, die hatten wir ja besonders markiert, weil wir dann nochmal runter müssen irgendwann. Also auf meiner, äh, Karte sind drei Höhlen markiert. Bei mir auch. Das ist das eingeborene Dorf. Oh. Und da waren wir schon drin. Ja. Ne, das sind die eingeborenen Höhlen, äh. Oder? Ah, ne. Wir müssen... Oder? Oh. Oh. Wo ist denn hier der Westen? Da hinten ist der Westen. Äh, ihr seid ganz schön weit weg von mir, ne, Leute? Ja, ich muss jetzt mich erst mal orientieren, wo der Westen ist. Jaaa, ich hab, äh, ich bin eigentlich vorgegangen. Ihr hättet mir nur folgen müssen, denn jetzt, äh. Ja, ich wollte meinen Zuschauern auch nochmal zeigen, wie der Map und wie, wie man den Kompass benutzt. Oh, ich hör dich schon. Oh. Von mir nix. Äh, Trouble. Komm her! Oh! Warte! Doppelpenetration! Ach komm schon, nix für mich, oder? Das war jetzt Doppelpenetration. War aber auch schon gut angehört, ja du. Jaa. So, dann, ähm... So, hier geht's einmal. Da wollen wir aber nicht hin. Ich meine nämlich, wir waren auch in der Höhle noch nicht. Ah, da ist noch einer. Den nehm ich. Gut. Der rennt aber weg. Eben. War ich ein! Äh, die... Also, ich hatte ja den Vorschlag geäußert in der letzten Folge, dass wir wohl zur Anwaltshöhle mal sollten, weil die Leute da unten auch irgendwie alle, äh, ja, Anwaltsanzüge hatten. Mhm. Ähm, die Anwaltshöhle soll laut meinen Informationen im Westen sein. Bei den Containern. Äh, das soll irgendwo ein Höhleneingang sein. Wir folgen den Touristengeid. Und wenn das der Fall ist... Ja, genau. Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Sie sieht sehr seriös aus. Ich bin so schlau. Ja, seh dir dich an. Ich hab einen Mann zu ran. German ist immer der Letzte. Ja, ist echt so, ne? Guck mal, da hinten. Rechts. Überm Wasser. Also hinterm Wasser. Ich hab gar nichts mehr. Ich bin tot. Das ist auch noch so eine kleine... Das ist doch auch noch so... Ja, ja, da müssen wir auch mal hin. Mann, wieso gibt's nicht so viel, dass du entdeckst. Aber ich glaub... Ich glaub, da gab's aber nichts, ne? Es war einfach nur so eine platte Landschaft. Ne, da hinten? Guck's glaub ich nicht. Hm. Diese Häuschen, siehst du die nicht? Ach so. Diese Strohhütten. Diese... Diese Bilder. Was auch immer. Huch. Nein. Dinglechter. Ja, ja. Sekunde! Da vorne. Bei den Containern. Ja, da haben wir... Da vorne sehen wir die Container schon. Ja, ja. Und ein bisschen weiter links. Wir haben das auch doch... Ach, wir haben das markiert, ne? Ja, ja. Wir haben das markiert, aber... Hast du ihn gehört? Oh! Es hat sich angehört wie Galoppel. Drei Stück sind's. Da hinten. Galoppel... Und Muschi. Oh, fuck it. Warte. Yay. Ich würd sagen, wir gehen gleich in die Höhle, oder? Hat... Oh ja. Galoppel und Muschi. Ich bin mal unten am Strand. Oh. Ja. Warte. Sekunde. Gehen wir gleich in die Höhle, oder? Ja. Das ist jetzt nicht unnötig. Lass ihn nicht reizen. Oh, German. Oh, dann trifft er nicht mal. Noob. Ah. Wir stehen schon... Ja, jetzt will sie sich rückwärts gebären. Nee, nee, ich bin ein Zwilling. Komm. Sie sollen mich nicht gebären. Hau ab. Ich könnte schwören, wir waren hier schon drinnen. Oh, ich geh um rein. Na ja. Ich geh um rein. Meine, wir waren hier nicht drinnen. Wir sind hier ganz zu Anfang. Wieso ist das denn so scheiße dunkel plötzlich? Ah. Ah. Ich meine nämlich, wir sind hier nur dran vorbeigelaufen damals. Ah, ich geh mal rein. War noch ganz am Anfang. Und ein Sticky. Oh, ja. Oh, Stickys. Stickys sind sehr wichtig. Oh. Klasse, jetzt wüten die da draußen. Oh, ich hab ne Kassette aufgehoben. Oh. Siehst du, wir waren noch nicht her. Kassette mit Megans Ankunft? Vorsichtig. Oh. Was? Wer ist Megan? Ah. Äh, hatten wir von der nicht schon so ne Kassette? Warte mal. Das ist wieder so ein Videotape. Äh, Kassette, die mit Megans Ankunft beschriftet ist. Kassette, die mit Mittagessen mit Megan beschriftet ist. Kassette, die mit Öffnen des Artefakts besch... Öffnen des Artefakts? What the fuck? Und Nebenwirkungen und Armsey-Ausbruch. Okay. Hab ich Fleisch? Nein, hab ich nicht. Sehr schön. Ich hab Hunger. Ich komm schon. Fleisch. Ich muss eh mal essen, sonst sterbe ich. Hast du denn nichts? Ich hab einen Snack noch. Oh, ich hab noch einen Snack. Das war, glaub ich, der, den ich dir damals gegeben hatte. Kann das sein? Äh, ne, ich hätte noch einen gefunden. Ah, okay. Aber musste ich grad essen. Buch? Äh, E. Oh! Äh, da war... Da war ne... Da war ne... Da war ne... Da war ein Motherboard in der Wand. Alles klar. Das kann schon mal vorkommen. Auch wenn es ein untypisches Motherboardverhalten ist. So. Nein, hier waren wir definitiv noch nicht. Echt nicht? Ne, das waren wir nicht. Guck, äh, guck auf die Karte. Hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott, ne. Wir waren wirklich noch nicht. Daran könnte ich mich erinnern. Das ist schon mal schön. Äh, runter oder geradeaus? Ich würd' erst mal sagen, wir machen geradeaus. Okay. Erst mit dem horrenden totalen Weg. Oh, hier muss man sich ducken. Okay. Mal irgendwie durchquetschen hier. Okay. Uah! Oh, du Mistvieh! Was? Achso, Flirmaus. Oh! Geht's da runter? Oder ist... Nein, ich glaube nicht. Nein. Okay, hier geht's runter. Oh. Ja, und unten hört man auch schon. Kann jemand leuchten? Ja. German, dein Auftritt? Ja, genau. Ich bin der German. Ich bin dein Leuchtbeauftragter. Ja. Wow. Oh. Das ist wahrscheinlich eine Stelle da unten, wo Wasser ist und du hast voll reingeworfen. Super. Ist halt echt so. Siehst du diese Minifütze da vorne? Ne. Hä? Ist sie durchgefallen? Jetzt liegt sie. Jetzt liegt sie hier. Ich hab Angst da runter zu gehen, wenn da Sachen durchfallen. Geh schon. Ich geh auch. Ich hab ja gespeichert. Was ist das denn für ein Lachen? Ein Plepp-Lachen. Hallo. Das sind aber Kannibalen, oder? Hallo. Boah, die sieht super easy halt nix aus. Ja, ja, das sind Kannibalen. Ja, komm. Dick dich hin. Und zwar. Okay, hier ist ne Wand. Erstmal die Wand einschlagen. Ja. Oh, da geht's weiter. Wow, toll. Hier links geht's auch weiter runter. Ja, geh wir erstmal die Wand lang. Da hinten ein Räucherarm. Oh man. Ah. Okay, da ist irgendwas dickes unten. Was ist das? Galoppelhainz. Ja. Arme sieben. Wää. Und ziemlich viele Babys. Das sind Tote einfach nur. Nackte Tote. Ne, das sind auch Babys. Wow. Damit hab ich aber nicht gerechnet. Damit hab ich jetzt auch gar nicht gerechnet. Warte, Brandpfeile. Boah, ist das krank. Warum? Dann nur die Babys ab. Oh, ich kann ihn nicht treffen. Warte mal, ich probier's mal mit dem, mit dem perfekten, mit dem tollen Pfeil da. Oh, schade. Oh, er hat einen Hit bekommen. Oh, er hat aggro. Na toll. Oh man. Oh, ich hab ein Baby erwischt. Ja, wenn man ihn einmal mal anzünden, ne? Oh man. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Okay, jetzt... Oh, ich hab ein... Oh, nice. Ein Baby down. Ja, zweites Baby down. Okay, jetzt beginnt es wirklich gruselig zu werden. Jetzt will ich auf nem Horrorgame sprechen. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ist ja genau ganz unten, Alter. Ja, ja, der steht genau am Seil. Wo ist er jetzt? Ich hab ihn hitet. Oh. Oh. Wir sind einfach am Seil. Ja, ja, der ist genau unten drunter jetzt. Oh Gott. Er schlägt... Oh nein! Scheiße! Scheiße! Runter! 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 Oh Gott. Das war ein Kittensäge. Ja, ich hab sie. Komm komm. Ich sehe jetzt. Also 300. Down! Woah! Ey, nicht in mein Gesicht! Stütz doch. Da sind noch mehr Babys. Vorsicht. Oh ja, Babys. Äh, voll in mein Gesicht, ey. Äh, was ist hier los? What's going on here? YouTube, es ist nur ein Spiel. Die Leichen sind keine echten Menschen. Es ist alles fiktiv. Alles fiktiv. Ich hab die Keycard. Hier liegt die Keycard. Oh, und die Web. Der Camcorder. Ja, der Camcorder. Wo ist die Keycard? Hier vorne, irgendwo war die. Auf der einen Hand. Haben wir jetzt alle Passagiere gefunden? Wie zählt noch weiter? Ah. So, dann gucken wir mal die ersten Aufnahmen an, ne? Achso, du willst... Irgendwas ist hier noch laut. Oh, ich hab glaube ich keine Muschel. So, dann hab ich. Regens Ankunft. Also das Schneegebiet ist nicht normal. Das ist Meggis Ankunft, das Video, was ich jetzt auch habe. Ja, ich hab's auch gerade an. Ausrüsten. Boah, das ist so ein kleines Bild, ne? Meggis Ankunft. Okay, dann machen wir das auch. Ähm, hallo, nein, du sollst dich die Rüstung angucken. Ich will das Video sehen. So, dann gucken wir mal das andere. Mach ich auch gerade. Hä? Ein Haufen Wissenschaftler, Personen, Anzügen bei mir. Die Megan, das ist das kleine Mädchen? Ja, warum ist das denn ein Mädchen? Keine Ahnung. Ich guck mir mal alle Tapes durch so. Ja, ich auch. Ja, mit einer Kassetten. What the fuck, was ist das denn? Das ist das Artefakt. Ja, ich hab jetzt auch das Artefakt. Das ist diese... Ah, das ist diese Tower. Nebenwirkungen. Okay, dann gucken wir mal das nächste. Oh mein Gott, what the fuck. Warte, ich bin noch nicht so weit. Oh, ich war's zur Hölle. Üh. Das... Nebenwirkungen? Ja, Nebenwirkungen. Ja, hab ich auch gerade. Bin jetzt bei... Mit dem letzten Arm, sie ausbruch. Okay. Wow. Wow. Oh, okay, alles klar. Alles klar. Das ist der Arm-Sea-Ausbruch. Okay, ich glaube, da wurden... Ähm, Experimente betrieben. Mit diesem komischen Artefakt, was die wahrscheinlich gefunden haben. Und dafür brauchten die vermutlich das kleine Mädchen. Aber wie das Ding einfach durch dieses Glas geht, Alter. Holy shit. Ja, theoretisch, wenn wir diesen Schaden anhalten, mit diesem Wand-Durchbruch, dann könnten die auch durch unsere Gebäude die zerstören und durchbrechen. Ja. Wir haben's ja jetzt ausgestellt. Oh Gott, ich war Hunger. Oh, fuck, ey. Das war krass. Aber es waren auch alle Kassetten, ne? Ja, es waren, denke ich, fünf wieder. Also, wie fünf Abspielkassetten. Ähm. Nein, ich wirst du nicht noch mal schauen. Okay, es war wieder irgendwas wissenschaftlicher Versuch. Also, fast wie Outlast, so'n bisschen. Es erlebt mich irgendwie so'n bisschen an Outlast. Hm. So. Warum nicht, ne? Also, nur, dass wir nicht in der Highland-Stadt sind, sondern... Auf ner Insel. Auf ner Insel. Abgestürzt. Warum sind wir abgestürzt? Das versteh ich noch nicht so ganz. Oh. Ich würd' ja schätzen, dass das wohl irgendwas mit, äh, diesem... Also, ich denke mal, das Labor, das wird ja wohl auf dieser Insel gewesen sein. Denk ich auch, ja. Die werden ja wohl schlecht diese armen Sie's hier rübergeschleppt haben. Wieder, wenn die so aggressiv sind. Ich denk auch, dass das hier irgendwo auf der Insel ist. Das ist dann wahrscheinlich wirklich da, der Eingang, wo wir gerade waren, oder wo wir halt die letzte Folge waren. Wollen wir hier noch runter? Ja, oder? Schätz' ich auch mal, dass es, ähm... Jetzt ist aber die Frage, die Keycard, die wir haben, für welches ist das jetzt? Für das Boot oder für das Tor? Ich würd' sagen, für beides. Kann durchaus sein, ja. Das ist multilingual, multifunktionsfähig. Also, ich denk' nicht, dass das so... Weil, ich meine, guck mal, wer hat schon einen Keycard für zwei Sachen, die beide wichtig sind? Gleich mal so. Oh, komm, oh. Oh, oh. Ja. Was heißt, Snacks? Oh, da hast alle Snacks weggenommen. Oh, gehen die dann weg bei euch? Ja, ja, klar. Oh, scheiße. Willst du ein Haar? Ich hab' ein Snack, ein Snack hat nicht abge... Nee, gib' German, der braucht das. German? Ich hab, ich hab, ich hab. Wie viele? Drei. Drei, okay, jetzt hab' ich zwei noch. Oh, nein, ich hab' in den Anzug fallen gelassen, ich Idiot. Nein, das war er nicht. Nein, das war er auch nicht. Das war er auch nicht. Oh, fuck it. Nein. Du hast den Anzug wahrscheinlich noch im Inventar. Jacken-Kaki, offenem Hemd, beige Cargo-Hose. Bademantel und Bade... Was? Ja, lol, jetzt hast du'n Bademantel an. Jetzt... Null. Ja, ich aber auch, ne? Das sieht so komisch aus, aber mit... Oh, nee, warte, ist er blutig? Ja, ne, der Mann, der ist blutig, ne? Ah, der ist gut. Ja, moin. Ich hab' dir jetzt auch an. Ja, Bademantel, blutig und dann auch die Raktion, äh... Ich hab' ich ihn an. Jetzt hast'n wieder an. Ah, sehr gut. Dominik. Ja, jetzt hast'n an. Sehr gut. Ja. Na gut, das war ja hier jetzt. Ich muss mal hier ziehen. Medo-Zieh. Oh, da hängt noch ein Passagier, oder? Ne, er kennt er aber irgendwie nicht als Passagier. Wow. Ups. Da kommen Steine von oben? Ja, das war ich. Gegen das denn? Achso. Achso. Sind die runtergefallen oder was? Ja. Geil. Ich hab' mir noch so'n ganz ekliges, komisches Kreuz auf'm Ohr. Okay, dann jetzt wieder raus, oder? Ne, da gehst du noch mal runter, oder? Ja, wir hatten noch seinen, äh... Am Anfang. ... einen Seitengang. Ne, da waren wir hier, oder? Das ist jetzt die Anwaltshöhle, oder was? Ja. Der, denk' ich, oder? Das schließt sich mir nicht. Warte, ich guck mal kurz auf die Karte. Ne, hier ist der Eingang wieder. Hä? Ne, da geht's noch weiter. Ja, warte, wir gehen runter, geradeaus. Dann ging's doch links runter. Es ging noch. Also, wir sind jetzt hier runtergegangen. Dann gehen wir nochmal hier durch. Es ging. Ich glaub, wir haben hier einen Weg vergessen, mein' ich. Ja, ein Weg war noch, äh, zu erkunden. Ja. Ah, hier. Ah, da. Ne, hier sind wir doch unter anderem. Ne, da waren wir doch. Aber nicht gerade. Hm? Hä, hier war doch gar doppelt. Ja. Ja, aber wir hatten doch hier zwei Wege. Oder nicht? Ne. Ne. Ja, doch, hier links. Ach doch, ja, klasse, du hast recht. Tatsache. Nein, hier. Ja. Und da geht's nochmal runter, ja. Da, wo das Wasser läuft. Tatsächlich. Da geht's, glaub ich, doch. Tauchen. Wah. Jo. Oh je, okay. Ich guck mal kurz durch den Map. Uffen, wir haben wir die Map. Hm. Kisten. 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 Wollen wir Snacks für dich? Wieso, du, du brauchst doch erstmal noch Snacks. Ich hab doch zwei. Hier, nimm ich so. Ich hab, ich hab neun Stück. Sind's zwei streiten? Oh. Nimm du. Ich hab neun. Okay. Was haben wir hier unten? Was ist? Das ist Dynamit. Äh, das kommt mir aber verdächtig vor. Dynamit. Äh, warte mal. Müssen wir hier, irgendjemand in die Luft jagen? Hätt ich doch irgendwo her. Müssen wir wieder irgendwas in die Luft jagen? Springmeister. German. War mir nicht schon? Was ist denn das hier hier? Herzen. Kleiner. Ich guck mal kurz auf die Map. Ich mein, bevor wir die Map hatten. Also hier geht's noch in drei verschiedene Richtungen laut. Oh, lol. Money. Money? Oh. Oh, na schön. Wenn wir von der Insel fliegen, sind wir reich. Oh, da geht's rund. Ich bin mir sicher, dass wir hier schon waren. Ich bin mir super, super sicher, dass wir hier schon waren. Nee, ich hab die Passagiere noch nicht gesehen, also. Ich hab die Passagiere gerade gefunden. Wenn wir hier gewesen wären, müsste hier eigentlich ein Seil sein, also ein Seil sein, was halt nach oben geht. Es gibt eine Höhle, die sieht so ähnlich aus. Für die Uhr. Nee, hier waren wir noch nicht. Die sind nämlich auf meiner Map nicht aufgedeckt. Naja, bevor wir die Karte haben. Achso. Aber wie gesagt, es gibt eine ähnliche Höhle, aber da ist ein Seil, was halt rausführt. So wie das hier? Pff. Was ist? Hm. Oh, da ist wieder der Typ mit seiner Axt. Jaja, ich seh's. Doch, es kann sein, dass wir da tatsächlich schon waren. Ich meine, wir waren hier schon. Oh, hier oben sind auf jeden Fall ein paar Freunde. Das sind Fischis. Kommt ihr? Ja. Ja. Ich bin schlimm, nur gerade da durch. Ich probiere mal eine neue Taktik. Da. Nein. Ah, ein Baby. Wow. Pass auf. Ups, sorry. Eis, 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 Eis. Oh, Alter. Tsch. Hahaha. 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 Heiß. Down. Oh, das war gut. Spass gemacht. Ja, ich branche aber... Ach, sorry. Haha. Ja, das war jetzt unkontrollierbar. In meiner Hand. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier schon waren. Kann sein, ja. Kann sein, ja. Nein, jetzt zieh wieder hoch. Aber wieso sind wir dann... Ich weiß nicht. verabschied. Ja. Ja. Da steht irgendein Cave Aber es ist noch nicht völlig aufgeleckt Was das für ein Cave jetzt sein soll Brauch jemand Next? Ja Das ist der perfekte Zeitpunkt Um die Folge so weit mal zu beenden Das ist eine gute Idee Ja, weiß ich Kann man aber speichern Stimmt, speichern Zack Ja, dann bedanken wir uns so weiter Fürs Zuschauen, würde ich sagen Wünschen noch einen angenehmen Tag Oder Abend Oder Morgen Und er sucht sich einfach aus Er findet vielleicht auch was eigenes Und ja Vormittag früh Vormittag früh, genau Aber wir hören uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder Und ja, bis dann Tschüss Tschüss Ciao, ciao